Wir möchten Ihnen gerne unsere Tools für die MSR Leute vorstellen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das Leben für die Programmierer und Planer dieser Welt vereinfachen können. Auf unserer Homepage haben wir einen Bereich geschaffen, speziell für die MSR Techniker. Dort sind alle Informationen zum Thema Pumpenintegration und Feldbuskommunikation kurz und knapp in einem einfachen Auswahl-Tool zusammengefasst. Dort haben wir die wichtigen Informationen über sämtliche Datenpunkte, die aus all unseren Produkten in diversen Feldbusprotokollen verfügbar sind, als Download aufbereitet. Ebenfalls erhalten Sie dort eine Information über unsere Kooperation mit der Firma Siemens. Dort haben wir gemeinsam eine Software entwickelt, um die Integration einer Pumpe auf eine minimale Zeit zu verkürzen. Mit diesem Funktionsbeispiel, was man einfach kopieren kann und in seine Software integrieren kann, ist es möglich, die Ingenieurenzeit auf wenige Minuten zu reduzieren. So lässt sich eine Grundfaustpumpe mit wenigen einfachen Schritten in einem Gebäudemanagementsystem oder in jede andere Steuerung implementieren.